Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse wird ihre Investorenbasis erweitern und ihren Zugang zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten über den Kapitalmarkt ebenen. Dies ermöglicht Wegans in Zukunft die Umsetzung von Wachstumsplänen, die Expansion in neue Märkte, neue Produktideen und am Ende die Marktpotenziale voll auszuschöpfen. Es ist uns eine Freude, Teil dieses wichtigen Meilensteins ihres Unternehmens zu sein. Auch nach dem Börsengang werden wir Ihnen bei Fragen der Finanzierung beiseite stehen. Listed in Frankfurt, das steht für Qualität, Liquidität und Internationalität. Deshalb bin ich heute hier wirklich happy, um der Welt zu zeigen, guck mal, es funktioniert. Die pflanzliche Ernährung setzt sich langsam durch. Ich will noch nicht sagen, dass wir an dem Punkt sind, wo meine Visionen im Moment enden, aber es setzt sich langsam durch. Die Märkte erwachen langsam und die zehn Jahre Pionierarbeit scheinen sich langsam zu lohnen. Das zeigt mir, das große Kapital, das Big Business findet den Weg und sieht in dieser pflanzlichen Ernährung, die für Klimafreundlichkeit und Umweltschutz steht, sieht eine Chance für die Zukunft. Und sowohl wirtschaftlich als auch für uns, für unsere Gesellschaft und für unseren Slogan, der gilt heute nicht nur für unsere Community, sondern auch für Anleger. Wegans, gut für dich, besser für alle. Erster Preis für Wegans Group AG, 86,90 Euro. Herzlichen Glückwunsch zum Listing in Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch zum Listing in Frankfurt-Germann aus dem Herzlichen Glückwunsch zum Listing in Frankfurt-Germann aus dem